Jetzt müssen wir also gegen irgendeinen Derben jetzt kämpfen. Klingt ja schon fast nach so einem kleinen Bosskampf. Oder... Es ist Ull. Der alte Ull. Auah! Auah! Palhu Uda! Palhu Hasmas! Nu! Takar! Masihayau! Das ist es! Okay, das ging ein bisschen in die Hose. Angriff der Udam. Verteidige dein Dorf. Okay. Alles klar. So. Bam, hier. Vom Wegen hier, wir sind weich. Wir hauen euch alle kaputt, hauen wir euch. Alter, greifst du mal nicht meinem Wolf an. So, wartet mal ab. Wartet mal ab. Papa holt jetzt hier mal den Speer raus. Nein, Speer muss ja nicht brennen. So. Da hat man da hinten einen gesehen. Ach, verdammt. Hi, Junge. Oh, oh, das Höhentor wird angegriffen. Die Udam-Krieger haben das Dorf bei... Oh. Sind die anderen jetzt hier alle zu schwach, oder was? Geht aus meiner Höhle raus. So. Raus aus meiner Höhle. Boah, ihr wagt es wirklich, euch in meiner Höhle aufzuhalten. Boah. Nein, sie haben meinen Wolf getötet. Schweinebande. Bestie heilen. Wir kommen. Ist was. So. Da ist noch ein Udam. Wo bist du, Junge? Da sind noch einige hier am Start. Halt's Maul! So, sind sie alle vor uns. Keule. Ich will die Keule haben. So. Oh, ich bin vergiftet worden. Das ist wo hier der alte Giftmischer. So. Aber es ist noch einer hier. Wir haben die Udam noch nicht komplett zurückgeschlagen. Noch ein Gifti. Formiere dich neu mit Zaila. Alles klar. Wo bist du, Zaila? Und Rötsch... Ah, ich hab kein... Hab kein Fleisch. Ah, da oben ist sie, glaub ich. Ne, hier unten. Ha! So. Ich bin da. Alles klar. Ich soll die jetzt noch jagen, die Udams. Aber erstmal loote ich die mal alle, um vielleicht noch ein bisschen, äh, nützliche Sachen zu bekommen. Hier, komm, iss mir noch ein bisschen Fleisch. Eigentlich kannst du doch die ganzen toten Udams essen. Oh, ein bisschen Grünblatt. Ah, sehr schön. Ja, ich loote jetzt hier erstmal alle. Ich glaub, das ist das Beste. Wenn ich die alle mal finde. Sehe ich die hier mit dem Jägerblick? Ne. Hm. Hier bist noch ein Toter. Ne, dich hab ich schon gelootet. Ah, dich hab ich noch nicht gelootet. So, denn die Typis, die meine Höhle überfallen haben. Und die wenigen noch in der Höhle drin. Sie können mir wenigstens ihren Loot schenken. Und gerade natürlich das, äh, lebst du noch? Ne, würd's schon sagen. Oh, ein Feuerstein. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf und erreichen das Lager der Udams. Um dem mal zu zeigen, wer hier der Herrscher der Steinzeit ist. Ähm, bringt es da was, ne Schnellreise zu machen? Ah ja, aktuelles Ziel. Naja, doch. Ich könnte jetzt eine Schnellreise hierhin machen. Würde da ein bisschen Weg für sparen. Aber ein bisschen Weg würde ich da sparen. Schnellreise zur Zeit nicht möglich. Na gut, dann muss ich jetzt hier zu Fuß gehen. Gut, dann. Alles klar. Auf geht's zu Fuß. Ins Lager der Udams. Vielleicht muss ich da ja dann auch mal gegen Uhl kämpfen. Und wir sollten unterwegs auf jeden Fall ein paar Tiere töten. Obwohl, ich hab ja jetzt ein bisschen Grünblatt. Wäre eigentlich nicht, äh, nicht das Schlechteste. Denn Fleisch hab ich ja noch. Wobei, man kann ja niemals genügend Fleisch haben. Hm. Verdammt, ich dachte, das Tier schleppt sich jetzt hier noch zu Tode. Ah, wir können mal gucken, was wir da oben finden. Mal gucken, was hier so gelagert wurde. Feuerstein und Fleisch. Oh, das ist gut. Jetzt noch ein bisschen Grünblatt. Und ich wäre fast zufrieden. Nee. Wollte ich sagen, euch brauch ich jetzt eigentlich nicht. Aber ich hab ja auch noch ein bisschen was in der Tasche. Also so schlimm ist es zum Glück noch nicht. Aber wir müssen hier wirklich viel mehr sammeln als früher, hab ich das Gefühl. Also früher war das mit dem Sammeln irgendwie bei bei Far Cry nicht ganz so intensiv. Aber es passt ja auch. Denn früher konnte man ja auch alles kaufen. Wir waren ja auch in der Gegenwart. Und ja, zu der Zeit muss man halt noch wirklich sammeln, um was zu bekommen. Also, gab es eben noch keine Geschäfte, wo man das alles sich zusammen kaufen konnte. Was haben wir jetzt da? Oh, oh. Hier werden Venias überfallen von Udams. Udams. So. Zack, den letzten. Oh. Ich komm hier die Anhöhe nicht hoch. Ach, wie mies ist das denn bitte? So. Und die Keule rausgeholt. Oh Gott, Udams. Na. So. Haha. Bestien kills. Bestie kills. So. Ein bisschen Tierhaut und Grünblatt und Fleisch. So, wie sieht's bei dir aus? Hier, komm. Ess mal ein bisschen was. Kannst auch was gebrauchen. Immerhin, also wir looten ja hier auch schön Grünblatt und Fleisch. Also, genau das, was wir eigentlich brauchen. Ja, jetzt kommt hier ein bisschen Action rein. Ach, unsere Venias leider gefallen im Krieg. Ehrenhaft gefallen. Ach, hier bist du. also nicht mein Tierchen, sondern Okay, wir scheinen, oh oh. Wir scheinen hier noch nicht fertig zu sein. Da ist noch ein Bär. Boah, ho ho, ho ho. Den Bär noch mit nem Kopfschuss erledigt. So, und mal unsere Bestie mal wieder beleben. So. Gut, aber wir müssen ja weiter hier. Wir dürfen uns jetzt nicht hier schon fertig machen lassen. So, Munition für die Pfeile auffüllen. Dann sind es nur noch 200 Schritte, ein bisschen mehr, bis zum Lager der U-Damm. Hast du das Vieh erledigt? Anscheinend nicht. So, ab, ab, zack, 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 auf die Keule wechseln. Ich muss meinem Wolf noch einen Namen geben. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr unseren Wolf nennen würdet. Als bitte nicht sowas wie Wolfie oder Fangzahni oder so. So, wir greifen jetzt hier mal ein bisschen von oben an. Schleichen, wirf Steine, um Geräusche, gehe mit in die Hocke. Aha, aha, aha. Ah ja, und in der Vegetation verstecken. So. Und wie kann man schnell auf sich aufmerksam machen? Indem man einfach die Leute anzündet. So, na komm, lass uns mal ein paar U-Damm töten. Na, da ist einer. Der kommt doch jetzt bestimmt... Der kommt doch jetzt bestimmt hier einfach nur hochgeklettert, oder? Okay. Oh, oh. Komm, da hochgeklettert. Okay, unsere Kumpels kämpfen da unten schon. Ich habe das Gefühl, ich sollte hier mitkämpfen. Machen wir auch gleich. Boah, hier. Zack, erledigt. Wo ist der letzte? So, ein bisschen was essen. Alter, wo bist du denn? Ich bekomme hier die ganze Zeit irgendwie so... Schlag... Ah, da kommt man, da ist er ja. Ich bekomme hier nämlich Schlaggeräusche und merke gar nicht, wo die Gegner sind. Okay, okay, ich merke schon. Zack, hier. Lieber mit der Keule kämpfen. Da will er abhauen, oder was? Oh, du bist ja Kumpel von mir. Entschuldigung. So. Niedergestreckt. Zerstöre die Knochenbäume und töte die U-Damm. Alles klar. Also noch die Knochenbäume zerstören. So, da ist dann der letzte Knochenbaum. Oh, da kommen neue U-Damm's. Naja. Wir schlagen sie einfach zusammen. Jetzt gehen wir hier noch einen Schritt nach oben. Ach, guck mal da. Hi. Angriff der U-Damm abgeschlossen. Du bist gar kein U-Damm. Okay, Entschuldigung. Tut mir leid. Wollte ich nicht. Ist mein erster... Mein erster Tag. Tatsächlich. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.